Willkommen zu unserem Video. In dieser Ausgabe berichten wir über die 33 stolze Siegerinnen und Sieger der Swiss Skills Championships 2023 und zeigen Ihnen abschließend die Neugründungen vom 30.11.2023. 33 stolze Siegerinnen und Sieger der Swiss Skills Championships 2023 33 junge Berufsleute gewannen im Rahmen der dezentralen Swiss Skills Championships 2023 einen Titel als Schweizer Berufsmeisterin oder Schweizer Berufsmeister. Die Austragungsorte der 31 Meisterschaften, welche von Anfang September bis Ende November stattfanden, erstreckten sich über die ganze Schweiz. Den ganzen Bericht von Swiss Skills finden Sie auf unserer Website aktuelle-news.tv. Am 30.11.2023 wurden 200 Firmen in der Schweiz gegründet, davon 39 Firmen in der Region Zürich, 22 Firmen in der Region Genf und 20 Firmen in der Region Bern. Sie finden uns auf YouTube unter help.tv oder auf unseren Social Media Kanälen Facebook oder Instagram unter handelsregister.tv. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020